ich habe nur meine bremsbeläge kontrolliert und ich habe festgestellt dass die schon abgefahren muss ich vorne auch noch mal checken aber ich vermute dass vorne noch ein bisschen besser ausschaut wie hinten deswegen habe ich jetzt die bremsen gestauscht die bremsbeläge und jetzt baue ich das ganze zusammen jetzt müssen wir die bremse ein bisschen einfahren ein bisschen so 20 30 mal von schrittgeschwindigkeit ausgesehen dann und dann ein bisschen steigern und so weiter also die bremse scheint jetzt gut zu funktionieren kamera auf der brust sauch an jetzt versuchen wir den trail nicht zu verfehlen okay so so ein bisschen ja, die bremsen sind jetzt Ich habe jetzt nicht lauerhaft gekremst, sondern losgelassen und so weiter. Es riecht schon ein bisschen, da verzeih mir viel Spaß macht. Diesmal habe ich organische Bremse gekauft. Mal sehen wie es da, von der Bremsleistung her, aber ich habe wirklich keinen Unterschied. Das ist die Stelle hier, glaube ich. Oder? Ja. Jetzt müsste da irgendwo links gehen. Da geht es runter. Ja, genau. Das ist hier. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Also doch, ich merke jetzt schon, dass es von der Bremsleistung ein bisschen besser ist. Oh, das war knapp. Fuck. Mal langsam. Ja. Das war knapp. Das war eine Schrecksekunde für mich. Ich habe gut abgestanden. Oh, ich bin schon wieder. Ich habe mich jetzt mit dem Wechsel zu verstanden. Ich werde mich ja auch ein bisschen mehr verstanden. Das ist jetzt mit dem Wechsel zu verhalten oder so. Oh, ich bin jetzt schon ein bisschen am Ende. So. So. Also von der Kondition geht es ja noch. Aber man muss den zum Beinen gehen theoretisch auch noch. Was nicht geht, ist die linke Hand an der Bremse. Die Dinge tun natürlich weh. Ich muss ja, glaube ich, Schaunstoff oder so. 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 Ich würde es bestellen. Und wir wissen jetzt, dass wir schon mal haben. So. Je mehr man fährt, desto weniger Konzentration hat man ja danach. Also, das wird noch die Punkte. Beziehungsweise ich fahre und versuche noch mal, die sind gut einzuschrehen, wie gut das funktioniert. Aber ich spüre jetzt die Beine auf den Kopf, da habe ich keine Beine gespürt. Ich glaube, dass ich hier sind, dass ich nicht verletzt habe, weil nur ein wenig hätte ich dann hier Hier ist das Ding hier. Diese Klammer. Hier kann man etwas weiter. Hier kann man gut aus. Aber machen wir jetzt hier nicht ganz kaputt. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's drei Dunkel. Hier geht's. Auf diesem losen Grund war man in Kärz hier ausgerutscht. Das war gut. Danke. 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 Danke.